hallo zusammen mein name ist katrin und ihr seid ja auf meinem kanal chaos on tour gelandet und zwar heute zu einem unboxing von einem set von einer deutschen firma die ich noch nicht ausprobiert habe und zwar ist es karat art wie oben links in der ecke auch sehen könnt ist mir das set zur verfügung gestellt worden damit es einfach mal ausprobieren kann und da bin ich super super gespannt drauf die haben nämlich einen künstler lizenziert den ich aufgrund seiner botschaft sehr sehr interessant finde und ich hole das gutste so ein karton kommt es jetzt mal hier für euch raus kann ja schon mal gucken unten steht drauf was es ist es ist nämlich ein jefferson und zwar sandwich of life leider steht das hier nicht mit drauf schade also ich holte aus dem karton und dann gucken wir mal was da so auf uns wartet so sieht das dann aus wenn es aus dem karton draußen ist wir haben hier die leinwand ist ein bisschen festeres material aber genauer an abgesteppte ecken und welle und in der leinwand ist da noch ein bisschen was drin gut in der leinwand haben wir unsere steinchen und wir haben unser toolkit wir gucken uns als erstes mal das toolkit an was kriegen wir denn bei karat punkt art wir bekommen ein schiffchen das ist ein weißes schiffchen mit schnabel solide dann bekommen wir einen blauen stift mit einem squishy griffi wie ihr es nennen möchtet der wird hier vorne drauf geschoben so damit man das ein bisschen besser halten kann und einem die griffelchen nicht so schnell wehtun und dann bekommen wir zwei mehrfach setzer und zwar ein vierer und ein siebener und das sind die dünnen das finde ich sehr sehr gut damit kann ich am besten arbeiten die breiten taugen nix das sind die dünnen das ist super dann bekommen wir ein dann bekommen wir ein töpfchen mit wachs und das ist so zumachen und das blauer wachs ob farblichen unterschied daran ist wie gut da ist weiß ich jetzt nicht so sehen wir es besser und töpfchen finde ich ganz gut weil da dann keine hundehaare staub oder sonst was drauf kommen kann sehr schön kann man die plastikfolie direkt komplett abmachen und das dann darin aufbewahren und wir bekommen eine gute pinzette sehr schön und wie es aussieht ist das jawohl es ist so eine spitze pinzette da müsst ihr aufpassen die sind wirklich sehr sehr spitz mit der man eigentlich bei eckigen steinchen ganz gut arbeiten kann lasst am besten das da drauf das ist sehr spitz so als nächstes bekommen wir natürlich steinchen brauchen ja was um auf uns auf die leinwand zu kleben das ist ein set mit eckigen steinchen und Das sieht mir, da seht ihr die ganzen vielen kleinen Pünktchen, das sieht mir tatsächlich nach Acryl und nicht Harz aus. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Bei Acrylsteinen ist es mit eckigen Steinen mitunter schwierig, sie aneinander zu bringen. Bei diesen wären nach Harz aus. Die anderen Farben sind nach Harz. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall richtig schöne Farben. Und, was viele ja begrüßen, es ist direkt schon in Zipp-Beutelchen mit der DMC-Nummer drauf für euch abgepackt, sodass man direkt starten kann. Gucken wir uns gleich mal nochmal genauer an, aber als erstes gucken wir uns hier die Leinwand an. Es ist gegossener Kleber. Ihr wisst, gegossener Kleber ist alles für mich. Und hier ist noch was drin, und zwar unsere externe Legende. Hier, da bekommen wir nochmal die Farben. Es sind 30 an der Zahl. Das sind unsere Symbole. Okay, auch viele sind numerische. Alles ein ziemlich kleines Symbol. Ist oft nicht so meins. Mal gucken, wie gut das rauskommt auf der Leinwand. Und wir bekommen die DMC-Nummer. Sieht nicht aus, als wären da AB-Steinchen dabei. Nein, ich glaube nicht. Und die Anzahl der Steinchen. Wie viele drin sein sollen. Jawohl. Und hier haben wir unsere Leinwand. Ich wickel sie mal. Falsch herum auf ist es gegossener Kleber. Da kann man das ohne Probleme machen. Warum mache ich das? Einfach, damit sie sich schneller flachlegt für uns. Die gutste. Und hier haben wir sie. So kriegen wir sie komplett drauf. Die gute. Spiegelt jetzt ein bisschen, aber da lassen wir uns mal nicht von beirren. Sandwich of Life. Jetzt gucken wir uns erstmal die Leinwand an. Wie gesagt, die ist eher so ein festeres Material. Wir haben hier abgestöppte Ränder und Welle. Das finde ich gut. Hier unten steht nochmal der Shop drauf. Wir haben links und rechts eine Legende. Leider, muss ich dazu sagen, beide oben. Aber die sind schön große Symbole auf der Legende. Das ist schön. Hier steht nochmal, was für ein Set es ist. Leider auch hier nur die Modellnummer. Und die Größe, es ist 42 mal 75 Zentimeter. Und hier seht ihr das Motiv auch nochmal. Und hier links. So, warum sage ich schade? Weil, wenn ich mich von oben nach unten arbeite, habe ich das hier weggerollt. Ich arbeite dann hier dran. Und dann schiebe ich das immer weiter hoch. Und irgendwann bin ich hier unten. Dann arbeite ich hier und die Legende ist da oben rechts. Deshalb, mein Tipp, werde ich auch an Karat.art weitergeben, als kleinen Kritikpunkt. Oben links eine Legende und unten rechts eine Legende. Das ist immer das Geschickteste. So. Schön. Ich habe es gerade abgemessen, als ich nicht da war. Es ist von der Größe her passend. Also es sind genau, wie hier angegeben, 42 Zentimeter mal 75 Zentimeter. Und, ähm, noch bei der Leinwand geblieben. Ich finde es schade, wir haben hier noch so viel Platz, ähm, drauf zu schreiben, wie das Bild heißt. Und wie der Künstler heißt. Weil es ist Lizenzierte Artwork von Jefferson. Und, ähm, das kann man doch hier auch einfach noch mit draufschreiben. Und wie das Bild heißt. Ähm, in diesem Fall eben Sandwich of Life. So, das wären so meine kleinen Kritikpunkte dazu. Wir schauen uns mal die Leinwand zusammen an. Okay. Ja, das sieht sehr klar aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal. Das ist ein schöner Druck. Ja. Und auch vom Rendering sieht es jetzt gerade, ähm, für mich sehr gut aus. Also ich sehe hier kein unnötiges Konfetti. Es scheint mir auf jeden Fall, ähm, handgerendert zu sein. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber es sieht mir danach aus. Hier ist natürlich ein bisschen mehr, um da das Gesicht hinzukriegen. Aber es sind keine irgendwo komisch verteilten Farbkleckser. Also einzelne Steinchen oder so. Es sieht sehr gut aus. Ähm, es ist ein etwas außergewöhnliches Motiv. Also, wir gucken hier auch nochmal auf die Klebefläche. Die sieht mir auch sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, gegossener Kleber. Ähm, zur Artwork. Jefferson hat, ähm, der Künstler hat verschiedene Bilder. Bei Karate Art habe ich auch verschiedene gesehen. Ich glaube, vier oder fünf. Und da müsst ihr euch tatsächlich mal in der Beschreibung unten drunter durchlesen, ähm, worum es in dem Bild tatsächlich geht. Und hier geht es nämlich darum, äh, Sandwich of Life, also das Sandwich oder Schnittchen, des Lebens. Ähm, und oben, das ist das Grüne, das mit den Pflanzen und dem Sprießen, das soll die Geburt sein. Hier unten das so ein bisschen, ja, mit den Pilzen so ein bisschen Verwesung. Ich meine, Pilze wachsen ja auf Mist und so. Und diesen Runtertropfen hier. Das ist der Tod. Und das Ganze wird zusammengehalten von dem Leben als Marmelade. Finde ich, und mit dem Fischen, es fließt halt eben auch hier, ne, das Leben fließt ja, es ist ja nichts Statisches. Finde ich eine super Botschaft, finde ich richtig, richtig cool. Und, ähm, ist mal was anderes, ist mal was Abstraktes, aber was mit einer Bedeutung. Und, äh, deshalb wollte ich dieses Bild auch unbedingt haben. Genau. Wir schauen uns jetzt mal, also wie gesagt, die anderen Bilder von ihm haben auch alle nochmal eine Bedeutung. Die steht auch, äh, im Shop in der Beschreibung unten. Also nicht bei mir in der Beschreibung. Das kopiere ich euch mal, schreibe ich euch mal rein, was genau dieses Bild bedeutet. Ähm, wie gerade schon erklärt. Aber in der Artikelbeschreibung, Produktbeschreibung, bei den einzelnen Bildern von ihm steht eben immer dabei, ähm, worum es in dem Bild eigentlich geht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Hier haben wir unsere, ähm, schon in Zippbeuteln abgepackten Farben. Und die hole ich euch jetzt alle mal raus. Legen wir uns mal dahin und gucken uns dann mal die Farben zusammen an. Tada! Hier haben wir sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, zweiundzehn, 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 dreizig. Dreißig Farben, ganz genau. Ähm, das heißt, sollten auch alle da sein. Wir sehen, das ist super schönes Blau dabei. Es ist schönes Türkis, ähm, Türkis, was ich sehr gerne mag. Schönes Lilla und schönes Rosa. Wir haben hier zum Beispiel zwei richtig große Beutel mit diesem schönen, hellen blau das ist im hintergrund und ich mag ganz besonders natürlich diesen türkiston der sieht sehr gut aus die kleine zahl und ist übrigens die gramm zahl davon nicht irritieren lassen die große ist die dmc nummer den hier finde ich nämlich auch ziemlich cool wie ich das gerne mache und ein quietschiges orange das fällt mir ins auge und wie gesagt verschiedenste lilla töne was ich gerne mache bei neuen firmen von denen ich noch nichts gepäntet habe und wo wir es in zip beutelchen haben dass ich direkt mal für mit euch auf die steinchen darauf gucke und wir gucken uns direkt mal die 310 an das ist immer der härtetest 310er sind in der produktion ein bisschen schwierig dann schauen wir mal im mitgelieferten schiffchen scheinen nicht wirklich aufgeladen elektrisch geladen zu sein das finde ich immer gut ok also hier mit die steine auf funkeln ganz ordentlich sehen auch für mich haben jetzt nicht so viele nasen oder so sehen relativ gleichmäßig aus ich versuche mal mit der pinzette hier mal mehr als 2 wegzunehmen wenn wir als 1 nummer 2 ja doch geht also wir könnten doch hart steine haben ihr seht ich kann hier zwei steinchen aufnehmen was bei acryl eigentlich nicht geht ok ich kann ja auch noch mal nachfragen dann blende ich euch ein aber bisher sehen die gut aus ich bin gespannt wie sie sich legen lassen weil wie gesagt eckige steine sind immer so der super härtetest und wie sie dann liegen ob viele lücken da sind ob sie gerade liegen das hängt bei eckigen bildern oder bildern mit eckigen steinen oft einfach an den steinen in der steinqualität und darum meine lieben mache ich was was ich sonst nicht mache ich setze mich jetzt gleich hin und wir oder ich paint hier mein eckchen an dem bild und dann zeige ich euch auch jetzt direkt wie sich die steinchen legen lassen bzw wie sie dann auch auf dem bild liegen und sitzen also bleibt dran dann sehen wir gleich mal ob das was taugt so und da sind wir wieder so schnell kann es gehen also ich habe das mal angefangen jetzt zu peten weil ich ja wie gesagt sehr neugierig war an sich ließ sich das sehr gut peten die steinchen passen gut ineinander also aneinander es plöppt nichts die steinchen sind sehr regelmäßig was ja bei eckigen steinchen sehr wichtig ist und obwohl es hier acryl steinchen sind also ich habe da in letzter zeit auch andere erfahrungen gemacht aber hier sind sie wirklich sehr regelmäßig ich habe hier natürlich ein bisschen gapping in der hellblauen folie fläche das liegt aber auch daran dass ich hier teilweise mit multipläser gearbeitet habe das hat man einfach da würde ich jetzt noch mal warten bis sich der flüssige kleber zusammengezogen hat ob sich das noch ein bisschen zusammenzieht also steinchen qualität gut absolut ja kann ich mich nicht beschweren die symbole waren auch gut lesbar lese ich gut setzen wir haben hier natürlich ihr seht das sieht alles ein bisschen pixelig aus das liegt aber am bild und der übersetzung ich bin mir bei dem bild hier nicht sicher ob es nicht schlau gewesen wäre es doch noch mal eins größer zu machen oder hier ein klareres rendering zu machen also änderungen noch mal vorzunehmen vom rendering aber das ist einfach meine meinung ich bin halt auch gewiss dass ich ganz klares rendering gewohnt bin da muss man aber warten wie sich entwickelt darum habe ich weil es war ja fast alles blau da oben hier noch mal das bunte gemacht und das lief auch sehr gut und ich denke wenn es dann wenn wir mehr gemacht haben dass es mehr zusammenkommt aber hier zum beispiel der pilz ähm dann hätte ich mir natürlich ein bisschen ich hätte mir ein bisschen detaillierter gewünscht also vielleicht doch noch mal eins größer aber nicht jeder mag so riesengroße bilder also daher ist das eine gute lösung und auch gut dass es in eckig ist ich werde das auf jeden fall fertig penden und vielleicht sehen wir das und hoffentlich sehen wir das dann im monatsrückblick februar aber ansonsten von der qualität bin ich begeistert und ich habe jetzt auch gehört dass sie auf harz steinchen umgestellt haben aber auch die steinchen hier sind richtig gut und gerade art bringt jetzt im februar eine neue künstler kollektion raus am 18 meine ich und da werden wir uns das auch noch mal angucken da sollen dann auch möglicherweise ab sternchen dabei sein also ich bin sehr sehr gespannt und jetzt habe ich noch eine überraschung für euch ich habe dieses bild nämlich letztes jahr schon mal bestellt gehabt und zwar in einem anderen format das war ein bisschen größer und in runden steinchen das haben sie geändert weil das in die für sie nicht so ganz so funktioniert hat mit der größe und so ich weiß nicht so genau aber dieses kit habe ich euch noch nicht gezeigt gehabt weil es relativ spät kam es gab produktionsprobleme und dann war drills and chills dann war meine spendenaktion dann war weihnachten und dann haben sie mir jetzt angeboten eben das in der neuen fassung noch mal zu schicken und darum werde ich das andere bild verlosen nicht jetzt nicht heute aber in einem späteren video in dem dieses bild vorkommt also bleibt dran ich werde nicht gewinnspiel in die in den titel schreiben weil das immer leute anzieht die eben einfach nur auf gewinnspieler aus sind und soll ja für euch sein bevor es hier bei mir wurzeln schlägt kann ich es ja auch zugute kommen lassen also sandwich of life ich finde die botschaft richtig richtig cool der künstler ist auch ziemlich cool ich verlinke euch jetzt mal die seite mit allen bildern von steffert unten bei gerade unten in der infobox gesagt mein rabattcode könnt ihr durchgehend nutzen und am 18 kommen neue bilder zumindest vorbestellbar da sind wir jetzt mal alle ganz gespannt was ist was es für bilder wird oder was es für bilder wird ja genau katrin deutsch was für bilder es werden genau also karat art gesagt ich fände es sehr charmant wenn der name des künstler und des bildes auch auf dem bild drauf stehen würden wenn sie schon bilder lizenzierte bilder haben was ich sehr sehr begrüße dann kann man das doch auch kommunizieren auf der leinwand auch finde ich werde ich ihnen sagen und mit der legende links und rechts ich weiß nicht ob sie das schon geändert haben aber karat art verbessert sich so wie ich das sehen kann immer mehr und die arbeiten daran arbeiten auch mit kritik das heißt wenn euch irgendwas an eurem bild nicht gefällt sagt es ruhig also gilt im allgemeinen sagt es den händlern ruhig den shops gerade so die deutschen shops und die amis und die englischen auch und die französischen also oralor auch sind immer gewillt dazu zu lernen und das können sie nur wenn wir ihnen sagen was uns vielleicht nicht ganz so gut gefüllt deshalb wenn ihr ein problem habt oder wenn irgendwas ist immer geht immer in die shops ran bitte schreibt den kunden support an und sagt das und das oder auch wenn ihr seid okay eigentlich ist alles okay aber das wäre ich noch schön dann sagt ihnen das vielleicht können sie es ja ändern okay meine lieben dann mache ich hier jetzt mal noch ein bisschen weiter den strich da mal wegmachen hier und von dieser 519 noch irgendwie zehntausende verpaint ich habe es nicht so mit einfarbigen hintergründen aber hier wird es ja ein bisschen gemischter und dann bedanke ich mich jetzt mal wieder fürs einschalten zuschauen und natürlich fürs abonnieren wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben lassen vergesst du es nicht und schreibt mir doch mal in die kommentare ob ihr karat art schon mal probiert habt und wie euch das bild gefällt bisher schreibt mir doch einfach mal in die kommentare wie ob ihr bei karat art schon mal was bestellt habt und eure erfahrungen so sind und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten video wieder und bis dahin wisst ihr passt bitte gut auf euch auf bleibt schön kreativ und vor allen dingen immer super entspannt bis dahin sehr